wie immer als ich hier um eine kackverdammte aufschlauereien rein geht ne äh 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 Hallo Mr. Miller? Richtig? Amerikaner, oder so wie mir. Gehört ihr ihrem Kind? Ich kann den Namen lesen. Johnny Miller. hoffentlich vermisst er ihn nicht zu sehr. Ach, Kinder gewinnen sich schnell an diese kleinen Dinge und weinen Tage lang. Wenn sie sie verlieren, wissen sie warum? Diese kleinen Dinge erinnern sie daran, dass sie geliehen. Aber Verluste gehören zum Erwachsenen dazu, nicht? Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwettbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwettbarkeit, Mr. Miller. Verstehen Sie? Mein Vater hat mir das gelernt. Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas. Bruder. Amadei, Bejong. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land um uns zu töten und nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. Unabwettbarkeit, um ein St攻. Unabwettbarkeit, um ein St攻. Autsch. Okay, das war heftig. Alter, das muss ich erst mal verarbeiten. Alter, das ist ja echt. Alter, das muss ich erst mal verarbeiten. Alter, das ist ja recht. Wir fanden die drei Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg. Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz. Und da haben sie es schon. An ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Ach ja? Wann denn? Als wir ihn verfolgt haben. Kein Problem. Das war echt ein bisschen heftig mit dem Tod da. Ja, äh... Ja... Ja... Kalt. Okay. Okay. Äh... Aha. Guter Schuss. Halt die Fresse. Was da auch mal das ist. Wir können erst landen, wenn es da unten dunkel ist. Ja, ja, ich hab doch Zeit. Wir können nicht. Sag mal gleich das. Hä? Warum kann ich das nicht ausmachen? Äh... Egal... Ja, sagen wir warum geht das nicht aus. Wann damit ich vergackt eier'n? Oder was? Wann ich dadurch rum springen? Nee. Nee, okay. Ähm... Warum gehen das nicht aus? Hallo? Wann dem ich vergackt eiern? Warum geht das nicht aus? Ich greffe doch... bin ich zu blöd zum treffen oder was die folgen stoffer gar keine leute das war jetzt glaube ich auch nicht ich verstehe es gerade nicht ach muss wenn man mal sagen dass ich da oben hinschließen soll noch nicht wie die lichte sind er war total geht doch so hier dann ist es mal nur ruhigere mission so leute ich nehme es auch eine stunde lang auf eine mache in der pause egal wer weiß ich dann bin weil wir sind studischen und machen und tun die waffe wechseln ja kann ich okay hallo ja so kann ich ja hier können kann ich kann dann habe ich keine schade na gut so sehr an die leute hallo künstlich die beschließen dort verstanden 8 1 wir haben sich verstanden müssen für sich kontakt nach rechts wo bist du denn ach so bist du ok gut sind in position aber was ist du blickern 1 hier an greifen orientiert nach rechts über der straße schalten hinaus da da sie ist gewackelt hier ziemlich offen keks gesagt ja blick werden können sie aufhören zu wackeln geht doch k ach da drüben ok la 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 oder auch nicht naja ja 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 so wahrscheinlich die waffe wechseln den ich mir mal das war knapp du zuerst ich hebe dich drüber und ab warte scheiße du bist ein Typ in der straße beobachtet orientier dich am neonschiff links erster stock der Typ im freien erledige ihn gut guter schuss warte wir kommen schnell los los ok mir nah schnell bevor sie zurückkommen und kann die mit still irgendwie willkommen benutze ich als leiter und ist geruch danke so ja gut das also ist geskript das kinder uns kein gegner sehen aber trotzdem ok und nur war verwechseln wir die ebenen im besten glaube ich er 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 ist er ist er in der straße vor 50 meter rechts vom welt scheiße mach sie kalt schnell ok guter guter schoss 1 4 ihr könnt losgehen verstanden gehen jetzt los gib ihnen deckung während sie laufen ist entdeckung ist so er ja ich glaube wirklich sehr wenig jetzt hier irgendwie keine Ahnung kann vielleicht auch einfach nur sein weil ich dass sie halt noch nicht kennen deswegen ja ok 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 oh gott oh gott oh gott Romano Mann Romano Romano Mann das kann auch was werden hier und er war wo bin ich jetzt bitte gestorben warte ffk warte ffk warte ffk warte ffk warte mich verarschen wo bin ich jetzt gestorben äh hä soll ich in Bauchlage gehen oder wie sehe ich das ich verstehe es gerade gar nicht ehrlich gesagt äh geh mal aus dem Weg falsche Taste falsche Taste äh so wir sind mal wieder nehmen wir mal in Bauchlage vielleicht kommt das er her vielleicht muss ich auch ein bisschen schneller sein wer weiß ja ich weiß dass ich in der Stecken soll aber ich muss nicht von äh äh hä hä äh 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 Bebebebebebe.